Hieronymus von Coloridumansfeld war ein österreichischer General in den Napoleonischen Kriegen. Familie. Er war Sohn des Fürsten Franz de Paula Gundäcker von Coloridumansfeld, der 1767-70 als Botschafter in Spanien, 1788-1806 als Reichswiese-Kanzler diente, Leben. Coloridum trat 1792 als Leutnant in die österreichische Armee, wohnte dem Zug des Generals Clairfey in die Champagne bei, machte als Kapitänleutnant die Feldzüge von 1793 und 1794 in Flandern mit und wurde 1794 Kapitän. 1796 machte er unter Wurmser den italienischen Feldzug mit, kämpfte als Oberst in der Schlacht bei Hohenlinden, zeichnete sich als Generalmajor unter dem Erzherzog Karl mit seiner Brigade bei Caldiero aus und wohnte auch dem Feldzug von 1809 in Italien bei. Tetzig später als Feldmarschall-Leutnant bei Raab hervor und deckte den Rückzug nach Comorn. Am 4. September 1813 erhielt Graf Coloridum das Kommando über das Erste Korps der österreichischen Hauptarmee. In dieser Funktion nahm er im Oktober 1813 an der Völkerschlacht bei Leipzig teil. Rezeption. Durch die kaiserliche Entschließung von Franz Josef I. Vom 28. Februar 1863 wurde Hieronymus von Coloridumannsfeld in die Liste der berühmtesten, so immerwährenden Nachheiferung würdiger Kriegsfürsten und Feldherren Österreichs aufgenommen. Zu deren Ehren und Andenken auch eine lebensgroße Statue in der Feldherrenhalle des damals neu errichteten K.K. Hofwaffenmuseums errichtet wurde. Die Statue wurde 1868 vom böhmischen Bildhauer Emanuel Max Ritter von Wachstein aus Carrara Marmor geschaffen. Gewidmet wurde sie von Josef Franz Hieronymus von Coloridumannsfeld. In Leipzig gab es von 1903 bis 1950 eine Coloridustraße. Der Jahrgang 2008 der Theresianischen Militärakademie, der Ausbildungsstätte für Offiziere des österreichischen Bundesheeres in Wiener Neustadt, wurde nach Hieronymus von Coloridumannsfeld benannt. Denkmal des Grafen Hieronymus Coloridumannsfeld. Für ihn wurde 1825 im nordböhmischen Abesau zur Erinnerung seiner Verdienste in der Schlacht bei Kulm ein Denkmal errichtet. Im Kulmantale erhebt sich ein Denkmal, welches dem, bei den hier vorgefallenen Schlachten, am 30. August und 17. September 1813, ruhmvoll mitgestrittenen Helden Grafen Coloridumannsfeld im Jahre 1825 errichtet, und den 17. September desselben Jahres feierlich eingeweiht wurde. Sternchen, die Höhe dieses Monuments beträgt neun Niederöster, Klaftern oder 54 Wiener Schuh und ruht auf einem gemauerten Piedestal. Es stellt eine ausgegossen im Eisen verfertigte vierseitige Pyramide vor, auf deren unterstem Würfel sich folgende Inschriften befinden. Vorwärts den Feinden furchtbar, den seinen teuer, rückwärts Abesau am 17. September 1813, rechts das österreichische Heer, einem seiner Führer auf dem Felde des Ruhms, links dem Vaterlande und seinen Freunden zu früh entrissen, auf dem unteren Teile der Pyramide, Vorwärts das Bildnis des Verewigten, welches seine Orden umgeben, mit der Umschrift Hieronymus Graf Coloridumannsfeld K. K. Generalfeldzeugmeister, rückwärts das gräfliche Wappen, rechts geboren den 30. März 1775, links, gestorben den 23. Juli 1822. Die Spitze der Pyramide ziert der kaiserliche Adler, welcher einen Lorbeerkranz hält. Das Piedestal umgibt eine Balustrade. Auf der Rückseite der Sußbasse steht, gegossen im Fürstel, Fürstenbergischen Gusswerk zu Joachimstahl in Böhmen 1824 Sternchen. In der Buchhandlung des Herrn E. W. Enders in Prag ist eine fein illuminierte Abbildung der Einweihung dieses Denkmals für 6 Fl. Schwarz 2 Fl. E. M. zu haben.